Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapenta aka Uli und zwar zum Video 136. Wie immer jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen bin ich für euch da. Heute mal wieder ungewöhnlich, denn dieses Video habe ich im Krankenhaus erstellt. Ja, ich bin seit Dienstag im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich heute zum Freitag wieder rauskomme und ja, habe natürlich alles Material mitgenommen, auf den Notebook gepackt, habe diese Aufnahme vorher noch gemacht. Heute ist Montagabend und möchte euch natürlich zeigen, was ich die letzte Woche alles Schönes gemacht habe, beziehungsweise die letzten zwei Wochen Schönes gemacht habe, denn es sind ja doch einige Dinge, die ich getan habe und diesmal geht es an der linken Anlagenseite weiter. Ich mache es heute relativ kurz. Heute wird es kein kommentiertes Video. Ihr werdet euch denken können, das kann ich schlecht aus dem Krankenbett machen, aber deswegen mache ich jetzt hier die Anmoderation und heute geht es hier, ich blende mal rüber um diesen linken Teil der Anlage hier drüben, wie ich das alles gemacht habe, was es alles bedeutet. Der Pinselnapf natürlich nicht hier vorne und nachher drüben weg. Das möchte ich euch heute gerne alles zeigen und dann würde ich sagen, dann starte ich jetzt schon ins Video rein und ich mache mich bereit, dass ich irgendwann morgen früh losfahren darf. Aber egal, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns natürlich den nächsten Freitag wieder. Bis dahin, macht's schön gut und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, einmal möchte ich mich noch ganz gerne zeigen. Ich muss mich mal ein bisschen kleiner machen, als ich bin. Und zwar, damit wir jetzt hier drüben das mal sehen können. Ich hatte ja in der vorletzten Folge ja meine Landschaft ein bisschen stabilisiert und das habe ich jetzt hier drüben. Das möchte ich euch mal ganz kurz noch zeigen, wie es derzeit dasteht. Hier sehen wir es, hier vorne steht auch ein Zug. Da hat man mal so ein bisschen einen Größenvergleich, wie das Ganze ist. Und hier wollte ich eigentlich heute jetzt, heute jetzt, also wollte ich ein Fahrvideo mit unterbringen, was aber natürlich in dem Fall nicht unbedingt jetzt was wird. Aber das bitte ich zu entschuldigen. Das reiche ich natürlich alles in den nächsten Videos nach, was ich jetzt hier nicht geschafft habe. Aber wie gesagt, hier vorne, das gehört natürlich nicht hier hin. Das nehmen wir mal schnell weg. So sieht das jetzt hier auf der Seite aus. Im Grunde, wie wir es verlassen haben, der Weißleim ist gelb geworden. Vielleicht sieht man es hier ein bisschen, jetzt ist Gelbleim. Aber egal, ihr seht es jedenfalls. Und auf der anderen Seite, das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. Ja, und da bin ich natürlich heute mal nur in Stimme und nicht im Bild. Ich hatte es ja schon gesagt, dass ich im Krankenhaus bin und das ist mit dem Aufnehmen jetzt hier ein kleines bisschen schlecht. Aber ich kann zumindest mich zurückziehen in eine stille Ecke und ein paar Tonaufnahmen machen. Hat ja nur funktioniert. An allererster Stelle, ihr Lieben, ich möchte mich recht, recht herzlich bedanken für all die lieben Glückwünsche, die ich bekommen habe in den Community-Posts. Mensch, schon wieder so ein schweres Wort für mich. Wo ihr alle mir die besten Wünsche geschickt habt und euch gemeldet habt zu meinem Krankenhausaufenthalt. Also wie gesagt, ich möchte euch recht, recht herzlich dafür danken. Und bringe dann trotz alledem das Video heute, ihr habt es ja nun schon gesehen, 16 Uhr für euch raus. Und ja, jetzt erzähle ich euch, was ich hier alles so mal wieder Schönes gemacht habe in dieser Woche. Und ich denke, das wird auch nächste Woche weitergehen. Ein paar interessante Sachen werde ich wahrscheinlich noch finden und dann kriegen wir das alles schon hin. Und ja, schauen wir mal. Ich musste von meiner Bahn, musste ich jetzt hier auf der linken Seite die große Seitenwand wieder abbauen. Die hat man immer in dem Video so schön gesehen, wo ich die, ja diese schwarze, eklige Wand, sage ich jetzt mal so, das ist die praktisch an der Seite, wo vorne meine Stromkontrolle dran ist. Aber ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr, aber doch, 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 das war da. Ja, das musste ich jetzt wieder alles zersägen. Das hatte ich zum Glück alles schon mal. Man sieht es, der Magnet, der war eigentlich ein bisschen weiter rechts von dem Lineal. Den habe ich schon umgeklebt nach links, habe auch die Halterung entsprechend umgeklebt unter der Anlage, unter dem Anlagenteil, so dass ich diesen jetzt hier linken Teil dann aufheben konnte oder auch wollte. Denn das soll natürlich der Tunnel oder die Tunneleinfahrt sein, wo die Strecke einmal so komplett unterhalb der Anlage langfährt und dann direkt auf der Seite rauskommt. Hier sehen wir es auf der linken Seite, da kommt die Strecke wieder raus. Die führt sozusagen hier rechts hinter diesen Staubschutzwänden überall lang und geht dann vor dem Hauptmodul einfach wieder rein. Ja, natürlich, ich habe heute viel Text reingemacht, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt was erzählen kann, ob ich das hinkriege. Und ich musste jetzt hier auch natürlich den statischen Teil des Ganzen, ja, mit entfernen, was wir jetzt hier sehen. Da ich das ja, also unten der Teil neben oder links neben dem Tunnelportal, was ich jetzt hier, glaube ich, auch irgendwann abnehme, ne, nehme ich nicht, aber ist egal, nachher irgendwann ist es weg. Das musste abgetrennt werden. Das ging praktisch um die Sicht, dass, wenn ich vor der Anlage stehe, mir durch diese große, dicke, fette Wand auf der linken Seite die Sicht komplett versperrt habe, nach hinten auf die Tunnelportale, die da oben sind und auf das Tunnelportal hier unten. Und das ist alles schöne Fläche, die ich auf meiner Anlage ganz gut gebrauchen kann, denn die ist ja nun, ja, sie ist recht groß. Von der Länge hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, die ist so fünf Meter breit und ein Meter sechzig tief. Aber jetzt sieht man es schön, ne, jetzt kann man so schön schräg nach hinten durchgucken. Und das war halt mit dieser riesigen Wand hier vorne nicht machbar. Und ich wusste auch gar nicht, was mache ich eigentlich mit dieser riesigen Wand? Wie kann ich das ein bisschen schön gestalten? Ich wollte oben auf den Teil, wo ich gerade meine Hand draufliege, das wollte ich nicht verzichten, weil da soll immer ein kleiner Bahnhof hinkommen, da soll immer mit Güterverladung hin oder ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Vielleicht ist da oben auch das Holzwerk später, wo viele, viele, viele Bäume hinkommen oder irgendwas in der Art. Ihr wisst ja, ich arbeite hier völlig ohne Plan in der Anlage. Und entsprechend, ja, möchte ich natürlich den Platz auch nutzen, den ich zur Verfügung habe. Und ich habe da einfach damals oben meine Gleise langgelegt. Und ich denke, da führen die Dinger eigentlich hin, auch noch in die Wendel rein. Und ich habe gesagt, nö, da oben kommt ein Bahnhof hin. Und deswegen ist die Plattform da. Und die hat sich natürlich angeboten, um darunter diese ganzen elektrischen Schaltelemente hinzubringen, was ich so brauchte für die Anlage. Die Hauptversorgung der Schienen und, und, und. Das liegt ja alles da unten drunter. Und, ja, und so habe ich das eben alles dann da gelassen. Und mir hat es eigentlich gut gefallen. Das ist noch so ein bisschen der Layout, was ich mal gebaut habe, was aus den Spur-Z-Zeiten von mir stand. Das klingt immer so komisch, Spur-Z-Zeiten, zu viele Zs. Ja, das war hier hinten auch so eine wunderschöne Aufgabe. Ihr seht es ja schon, wie ich die Platten immer einritzen musste. Da ja die Staubschutzwände nicht wirklich gerade sind. Ich will ja wirklich jeden Millimeter an Platz nutzen, der mir irgendwo zur Verfügung steht, ohne dass es zu überfüllt aussieht, ja. Deswegen habe ich das dann auch so ein bisschen nach innen da so reingebaut. Aber das ist schwierig mit Platten zu beplanken. Wenn man diese Schrägen hat. Und ich wollte ja erst mal als Basis, dass jetzt überall an den Staubschutzwänden, damit ich das endlich, endlich mal fertig habe, überall Hartschaumplatten dran sind, dass ich an die Geländegestaltung gehen kann. Wenn die Hartschaumplatten nämlich einmal kleben, dann kann ich ja da vorne dann auch weitere Hartschaumplatten anbringen oder irgendwas anderes machen, um die Landschaft zu gestalten. Mit diesen Staubschutzwänden, das kann ich vergessen. Was soll ich denn da anbringen? Da kann ich nur Platten dran kleben. Und so war es ja auch gedacht, ja. Ich kann ja nicht überall einfach nur Mauerwerk dran kleben. Das würde mir nicht gefallen. Da soll ja ein bisschen Landschaft dran oder Industrie an die Stellen oder irgendwas in der Art. Und deswegen, wie gesagt, kommen die ganzen Hartschaumplatten da dran. Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen durcheinander zurzeit. Ja, und das kleine auch, das kleine Eckteil, das hatte ich euch ja damals auch gezeigt, wie ich es gebaut hatte. Das wird natürlich genauso wieder zerstört. Und ich muss alles rausbauen. Das soll sozusagen den ganzen Kern innen drin verlieren, sodass ich da jetzt schräg durchgucken kann. Also auch das wird schräg nach innen reingebaut. Und der untere Teil davon, der wird auch noch entfernt. Das zeige ich, wo ich jetzt unten anfasse. Der Teil, das werde ich gar nicht zeigen, glaube ich, wo ich das nochmal abgemacht habe. Das wird also komplett nahe von Hartschaum getragen. Also auch hier werden die Platten sozusagen schräg durchgebaut. Und die Platten, die schräg durchgebaut sind, da kommt immer vorne, wie wir es gerade hier vorne an dem großen Teil sehen, dann kommen da noch mehr Platten dran. Und dann wird da Landschaft gestaltet, sodass oben wie so ein bisschen überhängender Fels ist oder irgendwas in der Art. Vielleicht kommen da auch kleine Streben dran, die das dann so abstützen sollen, optisch zumindest. Und diesen ganzen Teil hier vorne, wo ich auch die Platten rangeklebt habe, der größere Teil hier in der Mitte, der ist alles abnehmbar. Also alles, was wir hier sehen, ist abnehmbar. Und das ist die Fummelei, die ich immer habe. Andere sagen, was braucht der Kerl, dann wird das bisschen Zeug so ewig. Ja, es muss ja zigmal eingeritzt, angepasst werden. Dann sieht man ja, habe ich da auch so ein dreieckiges Teil über meinen Finger da so drüber gemacht, damit die Platte die Form hält. Da kann ich dann Landschaft mitgestalten, weil von hier rechts das Teil wird dann da reingeschoben. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich versuche mal, noch hier ein paar Pfeile reinzubasteln. Das wird ja alles dann da reingeschoben. Und das muss ja alles irgendwo, ja, recht, nicht, wie soll ich jetzt sagen, schlitzfrei, wollte ich sagen. Nein, es sollen ja keine Übergänge zu sehen sein, oder so wenig wie möglich. Ich meine, mein Ziel ist es, wenn ich mich vor die Anlage stelle, möchte ich das, wie soll ich jetzt sagen, jemand Fremdes, der das nicht kennt, das nicht sieht, wo die einzelnen Module ineinander übergehen. Das ist mein Ziel, obwohl mir das ja eigentlich egal sein könnte. Es ist ja meine Anlage. Ich werde ja vorhin schon rein nicht zu 99,5% alleine an der Anlage stehen. Aber ich möchte es halt so. Und ich freue mich auch, wenn das alles schön aussieht. Und das gefällt auch hier von euch, oder euch, was ich hier so bastle. Und ich kann inspirieren damit, dass jemand auch so eine ähnlichen Sachen machen möchte. Das habe ich ja schon ein paar Mal gelesen. Da freue ich mich auch mal drüber. Und ja, das finde ich halt schön. Ja, und deswegen gebe ich mir da auch so viel Mühe, dass man das alles ein bisschen schön sieht. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen mein eigener Typ irgendwo, dass ich so einen kleinen Piep habe oder sowas, dass ich immer nichts sehen möchte, was unansehnlich ist oder irgendwelche anderen Sachen. Lässt sich nicht überall verhindern. Und guckt mal, selbst das Tunnelportal, das wissen ja die meisten von euch, ist ja auch abnehmbar mit Magneten gehalten. Und, und, und. Jetzt habe ich links das Teil, jetzt baue ich das Teil raus, jetzt wisst ihr, was ich meine. Und natürlich über den Portal, alles kann einzeln abgenommen werden. Jetzt mache ich mir zum Beispiel Gedanken, wie ich dieses Teilchen hier, wo ich das hinmache, das ist die linke Verdeckung links vom Portal. Das klebe ich jetzt sozusagen an den großen Teilen mit dran. So, dass ich, wenn ich das abnehme, automatisch das alles in der Hand halte. Und ja, ja, ich denke mal, ich, 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 ich habe einen Piep. Ist egal. Ich finde es jedenfalls passend. Es gefällt mir ganz gut. Und an dieser Stelle würde ich erst mal einen Cut machen. Das ist an mir schon ziemlich viel Arbeit gekostet hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche an gleicher Stelle wieder. Ich denke, das wird funktionieren. Und da zeige ich euch dann, wie es da weitergeht an der Stelle. Ich bin nämlich jetzt fast bis zur Mitte schon durch. Und dann haben wir endlich, endlich die alten Hartschirmplatten alle rangeklebt. Und dann kann es mit anderen Sachen weitergehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's schön gut. Bis nächsten Freitag. Euer Uli aus dem Krankenhaus. Tschüss. 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 Tschüss.